Kaum zu glauben in der heutigen Zeit, aber Intel baut nun wohl die effizientesten x86-Prozessoren aller Zeiten. Kann das eigentlich sein? Hallo Freunde der Effizienz und willkommen zu einem weiteren News-Video am Mittwoch. Und was für ein News-Video das heute wird, denn nach dem Genießen dieses Video werdet ihr mir hoffentlich zustimmen. Das sind heute wohl die interessantesten Themen der ganzen letzten Wochen. Und sowas kann ich natürlich jetzt nicht sagen, wenn nicht mindestens auch in Vidas RTX 5000-Generation ein Transistorchen mitzureden hätte. Denn ja, so ist es. Aber neben den RTX 5000 News gibt es natürlich noch vier weitere. Anfang wollen wir aber natürlich wie immer mit einer seichten News zum Warmmachen. Denn mit nur noch knapp 20 Grad ist es hier bei uns gefühlt bitterkalt geworden. Los geht es heute aber erstmal ausnahmsweise nicht mit Intel. Aktuell ist Windows 11 nämlich ein heißes Thema. Nicht nur, weil ich es ganz gerne mal verteidige, sondern auch, weil es ja nun ein Patch bzw. mit dem nächsten großen Update einen ordentlich Performance-Zuwachs für diverse Prozessoren gibt. Und ja, ich werde es oft gefragt, aber ich weiß es auch nicht. In Sachen Windows 10 ist da irgendwie was bekannt? Nein, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Was vielleicht auch daran liegen könnte, dass Windows 10 hier keine Probleme in Sachen Sprungvorhersage verursachen könnte. Was jetzt aber nur eine Vermutung ist. Klar ist aber, so oder so, Windows 11 ist weit auf dem Vormarsch. Wie es halt bis auf Windows Vista und Windows 8 eigentlich immer so war. Man kann sich nämlich wehren, so viel man will. Okay, irgendwann kommt man nicht um die neueste Windows-Version herum. Und nun ist es tatsächlich passiert, was passieren musste. Zumindest im Gaming hat Windows 11 nun auf Steam erstmals die Führung übernommen. Denn die August-Umfrage ist auch durch und wurde nun nämlich veröffentlicht. Mit in Sachen Hardware eher unspektakulären Zahlen, denn die NVIDIA RTX 3060 ist weiterhin die meistgenutzte Grafikkarte, hat aber immerhin leicht verloren und ist nun nur noch auf 5,36%. Darum soll es aber wie gesagt gar nicht gehen. Windows 11 hat nämlich ordentlich zugelegt um satte 3,36%, was damit in Sachen Platz 1 den Todesstoß für Windows 10 bedeutet hat. Denn Windows 11 ist nun mit 49,17% an der Spitze, während Windows 10 nur noch bei 47,09% liegt. Direkt danach folgt Linux mit weiten Abstand und 1,92% und OS X mit 1,3%. Und ich muss es weiterhin eingestehen, Linux zum Zocken, das kann man mittlerweile machen. Aber Linux bleibt leider ein Betriebssystem für Enthusiasten. Ich persönlich kann es einsteigern daher weiterhin nicht empfehlen. Freue mich aber sehr über die hohe Spieletauglichkeit. Damit ist es jedenfalls klar, Windows 11 hat es geschafft, aber lang hat es natürlich auch gedauert. Meinen Glückwunsch dazu. Seid ihr jetzt alle warm? Nein. Nein, du da hinten nicht? Ja, dann kann ich dir nur ein Intel 14.900KS mit offenem Powerlimit unter Volllast empfehlen. Glaub mir, dann wird ihr auf jeden Fall sehr schnell warm. Aber jetzt geht es noch gar nicht um Intel, sondern um AMDs neue Ryzen 9000 CPUs. Und meine Umfrage hat es ganz klar gezeigt, Ryzen 9000 enttäuscht aktuell noch die meisten. Ja klar, die Effizienz ist besser geworden, aber es gibt halt kaum mehr Leistung im Vergleich zu Ryzen 7000 und da hat man halt ein bisschen mehr erwartet. Grund ist bei drei der vier neuen CPUs auch die geringere TDP. Besonders der Ryzen 9700X muss sich nun mit 65 Watt TDP, also 88 Watt Powerlimit, begnügen. Und das treibt die Effizienz zwar nach oben, aber eine Leistungsexplosion findet da jetzt nicht gerade statt. Nun hat AMD aber wohl einen kleinen Rückzieher gemacht und wird bald eine offizielle AGESA mit einer Option für eine TDP von 105 Watt anbieten. Einige, wie MSI, haben das übrigens schon integriert. Wobei die 65 Watt weiterhin offiziell bleiben. Damit sind dann aber bis zu 142 Watt Powerlimit möglich, was für deutlich mehr Leistung sorgen sollte. Und erste Tests haben ja auch ein Plus in Anwendungsbenchmarks von bis zu 13% gezeigt. Und das ist natürlich sehr ordentlich, wenn auch die Effizienz deutlich nach unten geht. Und laut WCTF-Tags Hassan Muitaba soll das Ganze dann mit der AGESA 1.2.0.2 dann ganz offiziell werden. Und die 105 Watt gelten nicht als Overclocking und sind dann von der Garantie mit abgedeckt, was natürlich absolut klasse ist. Die Frage ist nun, wie wirkt sich das mehr an Strom auf die Spieleleistung eigentlich aus? Und da gibt es eine schlechte Nachricht, denn entsprechende Benchmarks von eski.jp zeigen ein Bild, das gut und schlecht zugleich ist. Zum einen erhöht sich die Leistung in Spielen quasi gar nicht. Beim 9700X im Schnitt um 2%, wobei die 2% aber nur durch einen von vier Titeln zustande gekommen sind. Und beim 9600X sind es dann 1,1%. Wobei auch hier die Anwendungsperformance im Schnitt mit 6,9 und 2,9% auch deutlich niedriger ist, als von anderen Testern bisher getestet. An sich ist das ja erstmal schlecht. Aber überhaupt keine Überraschung. Denn Spiele profitieren halt selten von einem hohen Powerlimit und bewegen sich ja halt meist weit entfernt von Vollast. So ist es auch nicht verwunderlich, dass die CPUs auch mit 105 Watt TDP kaum mehr Strom benötigen. Und in Sachen Effizienz passiert da halt kaum etwas. Somit haben Gamer eigentlich kaum Grund zur Beschwerde bezüglich der 105 Watt oder 65 Watt TDP. Trotzdem liegt insgesamt die Gamingleistung natürlich hinter den Erwartungen zurück. Die Ryzen 9000X 3D CPUs werden es aber sicherlich richten. Aber effizient sind die neuen Ryzen CPUs trotzdem. Wenn auch im Gaming noch weit entfernt von einem Ryzen 7800X 3D. Und was ist eigentlich mit Intel? Auch Intel könnte in Sachen Effizienz nämlich bald eventuell mitziehen und vielleicht sogar an AMD vorbeiziehen. Ob das mit der neuen AeroLag-Generation schon passieren wird, das werden wir noch sehen müssen. Aber nun hat Intel seine neuen Lunalag-CPUs der Core Ultra 200 Reihe offiziell vorgestellt. Und das sieht alles verdammt gut aus in Sachen Effizienz und auch Leistung. Hier wählt sich wohl der Verzicht auf das jahrelang so beliebte Hyperthreading eher positiv aus. Ebenso der Kampf Qualcomm gegen Intel in Sachen mobiler CPUs. Und halt Desktop-Enthusiasten jetzt bitte nicht abschalten, denn das Ganze ist sicherlich auch ein Ausblick auf zukünftige Desktop-CPUs. Denn laut Intels Aussage ist Lunalag die effizienteste x86 CPU aller Zeiten. Klar, das ist nur eine Aussage des Herstellers. Diese wird aber in diversen Tests mit handelsüblichen Laptops glaubwürdig rübergebracht. Allein der Unterschied zum Vorgänger scheint enorm zu sein. Der Core Ultra 9 288V soll eine 129% höhere Leistung pro Watt liefern als der Vorgänger Core Ultra 765H der Meteor-Lag-Generation. Und auch im Vergleich zum großen Konkurrenten Qualcomm sieht das Ganze sehr positiv aus. Besonders im Bereich Gaming mit der neuen XE2-Grafik, die die Konkurrenz natürlich komplett aussticht. Aber auch im Vergleich zu entsprechenden Laptops mit AMD-CPUs war die Akkuleistung teils bis zu fast 40% höher. Und das zeigt ja relativ deutlich, dass Intel mit den neuen E- und P-Kernen auf dem richtigen Weg ist. Und das Ganze hat dann natürlich auch Auswirkungen auf die Desktop-CPUs. Vielleicht sogar schon auf die neuen Euroleg-CPUs. Klar muss man festhalten, dass wir hier über Herstellerangaben sprechen, die immer immer fragwürdig sind. Aber allein die Präsentation an handelsüblichen Laptops sollte ein klarer Beweis in Sachen Glaubwürdigkeit sein. So dass ich die Glaubwürdigkeit von Intels Aussagen als ja dann doch ziemlich hoch einstufe. In Kürze sind aber schon erste unabhängige Tests zu erwarten. Ich bin sehr gespannt, denn dass Intel die effizienteste x86-CPU aller Zeiten baut, das klingt ja erstmal wie pure Ironie. Aber bereits die nächste Euroleg-Generation der Core Ultra 200-Generation für den Desktop könnte in Sachen Effizienz deutlich besser dastehen. In Sachen Leistung kann man hier relativ wenig bisher sagen, da Intel selbst noch nicht allzu viel dazu gesagt hat. Nun ist aber ein Geekbench eines 285K Core Ultra 200 aufgetaucht, der aufhorchen lässt. Getestet auf einem neuen Z890-Mainboard von Asus und mit dem von Intel angegebenen maximalen Turbo-Takt von 5,7 Gigahertz lässt sich das Ergebnis wirklich sehen. Schon im Single-Core hat keine der aktuellen CPUs eine Chance gegen die 3420 Punkte. Und auch AMD's Ryzen 9000-Generation kann hier nur Staub schlucken. Aber man muss sagen, der Vorsprung hält sich in Grenzen. Das sieht im Multi-Threading aber ganz anders aus. Hier lässt der 285K auch Intels 14.900KS eiskalt im flüssigen Stickstoff stehen. Denn die 23.376 Punkte sind nichts anderes als rekordverdächtig und lassen selbst den AMD 9950X um 14% hinter sich. Man kann nur sagen, sollte das Ganze stimmen, ist das absolut beeindruckend, besonders im Hinblick auf AMD's Ryzen 9000-Generation. Aber trotzdem, auch AeroLake zeigt jetzt schon, dass die Zeiten großer Leistungssprünge bei den CPUs wohl endgültig vorbei sind. Es ist schon traurig, dass man sich über knapp 10% mehr Leistung zum 14.900KS jetzt freuen muss. Ein Fragezeichen ist aber natürlich hinter der Effizienz, denn in Sachen Power Limit dürfte es erstmal bei den knapp 250 Watt bleiben. Und da kann einen den natürlich ganz klar punkten. Und als Nachtrag hier übrigens noch ein CPU-C-Benchmark vom Core Ultra 7265K, der aber offensichtlich noch kein finales Sample war und mit Handbremse lief, da die genannten 5,5 GHz auf keinem der Kerne ankamen. Der gab es im Single-Core mit 885 Punkten auch knapp weniger als beim 14.700K. Dieser wurde im Multi mit 15.709 Punkten aber trotzdem um immer ein 5% geschlagen. Ich bin sehr gespannt, was die Release-Version dann auch draufpacken wird. Aktuell sehe ich Intels AeroLake jedenfalls sehr positiv entgegen. Am 17. Oktober wissen wir dann sicherlich mehr, denn das ist der von der Gerüchteküche genannte Release-Termin. Ach ist das süß. Guckt euch mal die ungeduldigen Augen der ganzen Leute an die RTX 5000 News-Volten und nichts anderes. Und guckt mal in die Augen der bösen Menschen, die dafür sogar die Kapitelfunktion genutzt haben und die meine komplette Watchtime zunichte macht. Denn ja, es stimmt, seit ich die Kapitelfunktion nutze, ist die Watchtime stolze 50% eingebrochen. Daher meine Bitte, wer meinen Kanal unterstützen möchte, guckt gerne das ganze Video. Lass es einfach nebenher laufen und geht aufs Klo, kocht Kaffee oder sonst was. So, jetzt aber zu den RTX 5000 News, denn es gibt sie heute wirklich. Und zwar News zu RTX 5080 und 5090. Und wer außer der RTX 5000 Liga schlechthin, Kopa Ziffen Kimi, könnte dafür jetzt verantwortlich sein. Es ist nämlich seit Jahren quasi die einzige zuverlässige Quelle in Sachen Nvidia-Leaks. Und er machte es schon sehr interessant auf Twitter und kündigte schon in einigen Posts eine deutlich gestiegene Leistungsaufnahme der RTX 5090 an. Und er sagte nur immer mehr und mehr und mehr Leistung und nannte noch keine spezifischen Zahlen. Bis dann endlich Reischu die 600 Watt für die 5090 und 400 Watt für die 5080 nannte. Dann kam endlich Kopa Ziffen Kimis okay. Okay. Somit dürfte nun ziemlich sicher sein, dass beide Karten in Sachen Stromverbrauch deutlich nach oben schießen werden. Womit ich nicht gerechnet habe, wenn ich ehrlich bin. Denn selbst eine RTX 4090 ist mit ihren maximalen 450 Watt schon über der Das-ist-Krank-Grenze. Auch wenn es rein realistisch die effizienteste Grafikkarte aller Zeiten ist. Ob wir es hier nun aber mit der TGP oder TBP zu tun haben, das ist ja schon fast nebensächlich bei so einem Stromverbrauch. Denn Infos dazu gibt es keine. Demnach darf sich die 5090 stolze 150 Watt mehr als die 4090 genehmigen, was dann stolze 33 Prozent sind. Und bei der RTX 5080 sind es dann 80 Watt mehr, womit wir bei 25 Prozent höherer Leistungsaufnahme angelangt sind. Was ich definitiv sehr bedenklich finde. Jetzt kommt aber zumindest für die 5080 das positive Aber. Denn die Effizienz wird trotzdem steigen, da die 5080 knapp 10 Prozent schneller als die 4090 rechnen soll. Jawohl, als die 4090. Und das mit 50 Watt niedrigem Stromverbrauch, ja das ist jetzt zwar kein Riesensprung in Sachen Effizienz, aber durchaus ordentlich. Besonders der Leistungssprung gegenüber der 4080 wäre mit fast 50 Prozent aber irrsinnig hoch. Und daher wird das Ganze schon wieder so ein bisschen unglaubwürdiger. Wobei jetzt auch die 4080 einen ähnlichen Sprung hinlegte, zumindest in UAD. Das darf man natürlich nicht vergessen. Da die ganzen Infos aber von Copacip und Kimi kommen, der sich selten irrt, ist die Glaubwürdigkeit trotzdem sehr, sehr oben angesiedelt. Aber auch er hat sich schon mal geirrt, beziehungsweise Nvidia hat eventuell in der Vergangenheit schlicht und einfach schon mal die Spezifikation angepasst. Mein Fazit auf jeden Fall, mehr Leistung ist immer gut und wichtig, aber 600 Watt für eine Grafikkarte, das ist einfach viel zu viel. Und die gleiche Diskussion gab es ja auch schon zu RTX 4090, die dann halt mit 450 Watt daherkam. Hallo und willkommen zum heutigen Kommentar des Tages. Und seit meinem letzten News-Video wird ja wieder sehr viel diskutiert, ob der Gaming-PC nun tot ist oder nicht. Und ja, die Frage kommt immer mal wieder auf und klar, nein, natürlich ist er nicht tot. Aber, sagen wir es mal so, er befindet sich im Tiefschlaf. Und ich fragte euch ja, worauf die aktuelle Gaming-PC-Flaute wohl zurückzuführen ist. Eine Antwort, die selten kam, aber sicherlich mit einem Grund ist, die kam vom Smoky. Als alter 52 Jahre Zocker von Videogames, so hieß das früher, gab es immer gute Games, die es wert waren, dass man in Hardware investierte. Heute gibt es kaum noch AAA-Titel, die es wert sind, dass man Geld für neue Hardware ausgibt. Wenn man GTA 6 hernimmt, was da an Gerüchte von wegen Inhalt kommt, kann ich getrost bei GTA 5 bleiben und weiter mit meiner vorhandenen Hardware zocken. Und das ist eine Entwicklung, die nicht gut ist. Es ist nicht so, dass wir uns nicht neue Hardware wünschen, aber wenn nicht gebraucht wird, warum dann Geld ausgeben? Ja, und da hat er einfach recht, denn die Zeiten haben sich leider geändert. Besonders AAA-Titel bieten meist ansprechende Grafik, die neue Hardware benötigt. Aber diese Spiele sind halt immer das Gleiche, da die Entwickler das Risiko halt scheuen. Call of Duty 98, Assassin's Creed Mars, Tomb Raider 28, übrigens endlich mit einem männlichen Charakter, Monty Croft oder so soll der heißen. Das sind Spiele, die es vielleicht ja irgendwann mal geben wird, die aber immer und immer und immer nur das Gleiche bieten. Mit aber durch die Bank natürlich ansprechender neuer Technik. Aber auch allgemein gibt es sehr wenig Spiele, die moderne PCs bis an die Grenzen bringen. Denn so ein Black Mews Wokong, das ist halt eher die Ausnahme als die Regel. Wobei ich die Unreal Engine 5 aber allgemein schon als Treiber für neue Hardware sehe. Und ich denke, das wird im Laufe der Zeit auch genauso geschehen. Denn die Unreal Engine 5 sieht super aus, verlangt aber natürlich auch noch ordentlich Power, wenn sie halt ausgenutzt wird. Auch die Umfrage zum letzten Video beschäftigt sich mit der aktuellen Gaming-PC-Flaute und dem Grund dahinter. Denn ich wollte wissen, was schätzt du, woher kommt die aktuelle Gaming-PC-Flaute? Nur 16% schieben das Ganze auf Sommerloch und 22% auf das Warten auf neue Hardware, wie zum Beispiel Nvidia RTX 5000. Und es ist so gekommen, wie vermutet, die Preise sind es wohl. Die Hardware ist einfach zu teuer. Die Leute haben kaum noch Geld wegen zu hoher Inflation der letzten Jahre. Das sehen immerhin stattliche 56% so. Und das ist schon verdammt viel. Und zwar so viel, dass die Hersteller sich diese Umfrage vielleicht einfach mal ein bisschen genauer ansehen sollten. Denn hier auf meinem Kanal ist genau eure Klientel. Und 6000 Stimmen, das ist ja jetzt nicht gerade wenig. Daher heißt es wohl einfach, Preise müssen runter. Aber 2% denken auch, dass viele vielleicht einfach auf die Konsolen umsteigen, was sich zugegebenermaßen etwas mit dem Punkt der zu teuren Hardware überschneidet. 4% geben andere Gründe an. Aber am besten guckt ihr einfach mal in die Kommentare des letzten News-Videos. Denn die gab es zum Thema so häufig wie selten. Hat wirklich Spaß gemacht, die zu lesen. Und Spaß macht es auch, mein Kanal hier beim Wachsen zuzusehen. Dafür benötige ich aber eure Abos. Wer noch nicht abonniert hat, traut euch ruhig. Es tut kaum weh. Und ihr habt damit auf jeden Fall die gute Tat für heute schon erledigt. Na siehst du, war doch gar nicht so schwer. Ah! Oh Mist, da hat sich wohl jemand tatsächlich beim Abonnieren den Finger gebrochen. Okay, tut wohl vielleicht doch ein bisschen weh. Daher sorry. Und das nächste News-Video gibt es natürlich am Freitag um 17 Uhr. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis zum nächsten Mal.